Hallo, Willkommen zu der Channel, Clashow with the game No Man's Sky. So, ich spiele gerade im Überlebensmodus mit einem Kollegen. Wir sind ein bisschen fortgeschritten sozusagen. Wir haben den Anfangplan jetzt schon ein bisschen überlebt. Ich weiss nicht wie lange es geworden ist, also im Spieltime. Aber ich würde sagen, lass uns beginnen und ziehen meinen Arm. So, dann legen wir los. Ich würde sagen, du sammelst, wieviel Kobold hast du jetzt? Übrigens, ich habe einen Spielpartner und der Spielpartner redet nicht im Game. Aber ich habe durch eine andere Möglichkeit in Verbindung mit demjenigen. Wundert euch nicht, wenn es so anhört, als ob ich mit mir selbst rede. Derjenige kann mich hören, aber ich kann ihn nicht. Gut, du hast 400 Kobold, das ist sehr schön. Jetzt gehen wir in den Schiff und kontrollieren erstmal unser Inventar. So, ich habe bei mir noch nicht angekommen. Ich habe noch keinen Sauerstoff von mir bekommen. Moment, Moment doch, ich war in der falschen Inventar. Sauerstoff, also bei mir ist nichts. Doch, doch, jetzt habe ich gesehen. Okay, gut. So, der Hydrastoff. So, für die, die nicht wissen, ein kurzes, klein bisschen Information. Also, erstmal Kaffee. So, ich würde sagen, also hier, wir haben unsere Sauerstoff. Den können wir immer damit unsere, sozusagen, Luft, dass wir immer Sauerstoff haben. Und, ja, jetzt gucken wir mal. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Quest weiter, oder? Gut, wir machen erstmal den Quest weiter, gehen wir raus. Also, wir haben beide genug, glaube ich, Lebenserhaltungsskill. Und, auch Schild, Yonunaku, das ist auch sehr gut. Ich brauche ein bisschen Inventarplatz, das ist das Problem. Wir müssen auch, also, zusätzlich muss ich sagen, ich lerne gerade das Spiel. Deswegen, es kann sein, ein oder andere sich wundert, warum macht er das falsch, oder das falsch. Ganz ehrlich, ich habe das Spiel seit zwei Tagen oder so. Und, ich probiere, ich bin im Schiff noch. Ich gucke mein Inventar, ich muss mal Platz machen. Ich habe keinen Platz. Jo, ich versuche halt zu lernen, wie es geht. Aber, ich denke, das ist ein sehr umfangreiches Spiel. Deswegen dauert das Ewigkeit. Ich denke, dass man richtig gelernt hat, dass dort schon einiges dauert. Das Problem ist meistens, dass du am Anfang keinen Inventarplatz hast. Deswegen, ich und mein Spielpartner, wir wollen jetzt ein bisschen Geld sammeln, dass man ein besseres Schiff kaufen. Ja, das Problem ist, muss man zwei Stück kaufen. Und ich habe gesehen, so ein bisschen die Preise geguckt. Also, wenn du ein richtig gescheites Schiff willst, musst du mindestens 2 Million. Also, musst du schon ausgeben. Und das ist nicht einfach, wie ihr seht. Ich habe nur 1700 noch. Also, ich aktiviere den Quest erstmal. Oder ist er schon aktiviert? Nein, noch nicht. So, schauen wir mal. Signal entschlüsseln. Mal schauen, was passiert. Thema 16. Kein Treibstoff. NK-ZZK Station nicht erreicht. Kaum Gefahrenschutz. Keine andere Wahl als Unterirdischen. Das will ich nicht lesen. K-Z-Z-Z-K-T. Oder was das immer ist. Ebenso wie der Protokolleintragpläne für die Basispompe. Eintreten in meine Filter. Mit etwas Blick erhalte, weil es kommt dann mehr. Bei denjenigen, die wir einrichten lassen. Okay, jetzt extrahieren wir den Plan. So, wir haben neue Gebäude gelernt. Basis Computer. Jetzt muss man chromatisches Metall. Ich glaube entweder wir stellen das her. Oder... Ich habe das irgendwo gesehen. Dann haben wir noch eine Technologie. von der Laserwaffe. Jetzt können wir das, was Boden drillen tut. Den können wir auch erstellen. Also den würde ich gerne erstellen. Oh, da kommt eine Drohne. Ich glaube, der hat uns gefunden. Wir können den töten, wenn du willst. Schieß gerade auf den. Aber nichts zu runtergefahren. Ah, du hast es. Gut, das ist nicht schlimm. Ah, da kommen jetzt zwei. Warte, warte, warte. Da kommen jetzt zwei. Wo sind die? Ich sehe die nicht. Ja, geh in deinem Schiff, wenn es eng wird. Aber die sind schon da. Alter, da sind drei. Oder zwei. Weiß nicht. So. Ein Tipp. Für welche, die das gar nicht wissen. Umso mehr du deine Energierichtung, also deine Waffe erhitzt wirst. Umso mehr dämlich macht. Aber das muss dem Schach halten können. So, jetzt sind alle tot. Nee, ich habe zwei umgebracht. Jetzt ist der, oh. Der schießt auf mich. Ja, da sind noch zwei. Ich habe zwei gekillt. Und dann nochmal zwei. Heil dich und komm raus. Und helf mir. So, noch eine ist tot. Was hast du keiner? So, ich habe beinahe alle vier selber gekillt. Gleich kommt der große Roboter, denke ich mal. Ja? Also ich bin die ganze Zeit am töten. Aber die kommen immer wieder. Aber gut, die gehen unter auf Material. Oh, da sind jetzt drei. Ich gehe ins Schiff. Geh in dein Schiff und bleib erst mal drin. Bis das mehr Übersicht an, weil ich habe Übersicht verloren. So, jetzt muss ich mal gucken. Was habe ich jetzt von denen bekommen? Aha, passiert irgendwas. Echt? Du schießt auf mein Schiff, merkst du es? Ja, ich habe dir doch nicht umsonst gesagt. Geh in dein Schiff. Da weiß ich, dass der große Roboter kommt jetzt. Heil dich und mach dich fertig. Und dann greif mal den an nochmal. Mal schauen, ob das überhaupt irgendwann mal aufhören. Ja, ich bin auch drin. Ja, ich bin auch drin. Geh drin. Ich versuche den Großen bisschen schießen. Der ist nicht ohne. Jetzt sind zwei Drohnen und eine große. Wir töten erstmal den Großen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber ich will das gerne probieren. Das habe ich noch nie probiert. Das wäre nicht schlecht, wenn du kommen würdest. Ich habe den Großen fast salbiert. Die heilen den Großen. Auf die Kleinen. Alter Schwede. Die können noch heilen. Das ist eine Frechheit, oder? Wir müssen sterben. Aber die Großen heilen sich sogar gegenseitig noch. Ich glaube, ich muss in das Schiff. Das ist zu viel. So, ich muss mich ein bisschen heilen. Warte mal kurz. Du greifst mein Schiff an. Nein. Ja, noch einer ist da. Den muss man auch töten, weil der heilt den Großen. Aber ist fast tot. Der ist auch tot. Da sind zwei Kleine gewesen. Kommen noch welche? Die gehen jetzt zu Ende, glaube ich. Umso mehr mehr töten, umso mehr kommen die. Ich glaube, ich werde irgendwann mal Rückzug erklären müssen. Warte mal. Probier mal den da. Oh oh. Ich habe keine... Ich brauche Kohlenstoff. Ich habe ganz wenig gehabt. 18% meine Waffe wieder geladen. Aber ich sammle jetzt selber. Warte. Wo ist denn der Roboter? Ist der tot? Ah, da ist noch einer. Gut. Ich hoffe du... Oh, er schießt auf mich. Da ist noch einer. Alter, ich bin am sterben. Ich probiere. Boah. Noch ein Schuss wäre echt tot. Der schießt auf mein Schiff. Nein, nein, nein. Guck mal da oben. Der hat doch auch geschossen. Du hast zwar auch, aber der auch. Ich schießt auf mein Schiff. Alter Schwede, die haben so viel Agro bekommen. Aua, was ist das für einer? Guck mal, der Große. Siehst du den Große? Siehst du den Große? Siehst du den ganz Große? Ich sehe gerade sein Bein. Alter Schwede. Ich bin fast am Verrecken mit meinem Schiff sogar noch. Ey, du musst in dein Schiff rein. Ey, wir haben riesige Fehler bekommen. Ich wusste gar nicht, dass die umso mehr durch die Kilch, umso mehr wurden die Agro. Wow, wow, wow. Ich verliere bald mein Schiff, wenn es so weiter geht. Schau ab hier. Komm, weg hier. Alter, ey. Der Roboter ist Agro auf mich. Der lässt mich nicht. Ich bin auch beinahe tot. Also wenn du nicht gestorben bist, dann haben wir dieses Problem. Ich hoffe, du hast die Material zumindest weg machen können. Oh Gott, nee. Nicht doch mit Materialen sterben. Hättest du die Macht? Ich schau ab von der Stelle, ey, das ist zu viel. Die drei Stück sind hinter mir her. Und die hören nicht auf. Oh mein Gott, was für eine Liebe haben die zu mir. So viel Liebe ist auch nicht gut. Boah, die kommen immer noch, ich schwöre. Nein, 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 nein. Es tut alles. Also ich sterbe auch, wenn es so weiter geht. Nein. Bitte nicht. Ich habe fast kaum Leben mehr. Und wenn die einmal mich schießen, dann bin ich weg. Oha. Weißt du, wo ich gestorben bin? An dieser fressigen Blumen. Das war mein letztes Leben, die hat mich getötet. Oh, nee. Das ist furchtbar. Ich habe mir eine riesen Fehler gemacht. Jetzt mache ich dann die Aufnahme erstmal weg. So, super. Ja, ich vermute, wir werden von dem Speicherpunkt wieder weg.